Im öffentlichen Diskurs ist viel von europäischen Werten oder vom Wertekanon die Rede. Doch was sind unsere Werte, an denen wir uns und andere sich orientieren sollen? Werte sind der Boden, auf dem wir stehen. Ein fester Boden unserer Geschichte und Kultur. Der Grund, auf dem wir mit beiden Beinen sicher stehen. Aus unseren Grundwerten leiten sich die Grundrechte und Menschenrechte ab. Menschenrechte sind Rechte zum Schutz des Einzelnen, die jeder Mensch ab dem Zeitpunkt seiner Geburt erwirbt. Die philosophischen Wurzeln der Menschenrechte finden sich bereits in der Antike und wurden im Zeitalter der Aufklärung weiterentwickelt. Menschenrechte leiten sich aus dem rechtsphilosophischen Begriff des Naturrechts oder der Vernunft ab. In Europa wurden sie erstmals in der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte und durch die Nationalversammlung in der ersten französischen Verfassung von 1789 niedergeschrieben. Menschenrechte Menschenrechte Menschenrechte